Mein Name ist Thomas Steimes, ich bin 24 Jahre alt und nach dem abgeschlossenen Hochschulstudium habe ich das konzernübergreifende IT-Trainee-Programm bei Freudenberg begonnen. Freudenberg bietet zwei Trainee-Programme an. Einmal das Trainee-Programm auf Geschäftsprozessoptimierung und SAP-Beratung sowie die Vertiefung Infrastrukturmanagement. Das Trainee-Programm ist 18 Monate entlang und während dieser Zeit durchlaufe ich drei Teilgesellschaften. Ich kriege eigenständige Projekte, die ich dann in Eigenverantwortung bearbeite und mich tiefer mit der Materie auseinandersetze. Die Betreuung während des Trainee-Programms findet durch einen Mentor statt, der sowohl fachlich als auch persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Mein Highlight für dieses Trainee-Programm wird der nächste Einsatz werden. Dort bin ich dann für fünf Monate nach Brasilien entsandt und werde dort im CRM-Umfeld neue Geschäftsprozesse mit einführen. Anforderung für das Trainee-Programm ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie fließende Sprachenkenntnisse in Englisch. Man sollte sehr aufgeschlossen sein, man sollte sich sehr schnell in ein Thema einarbeiten können. Aus meiner Perspektive ist das Besondere an Freudenberg der Austausch mit verschiedenen Kunden. Dadurch, dass Freudenberg mit ihren Teilgesellschaften auf verschiedenen Märkten unterwegs ist, hat man jedes Mal ein neues Umfeld, mit dem man sich sehr stark auch auseinandersetzen muss. Und wenn man das nicht sieht, wie man sich sehr stark auch anuarden, Und ich habe wieder eine verspannende Musik auf ein paar Blaschen-Pop-K 얼마,